Ja, seine Knappin hat nicht wirklich viel Wahl, die begleitet ihn einfach. Jaroslaus Topfenstrudel, ein generischer Söldner aus Garit, erinnert dich so ein bisschen an, naja, an diesen Schreiberling, den ihr damals mitgenommen hattet, der sich geopfert hatte, als er dann, ja, von der Dämonenarche gefressen wurde, in der illusionären Seeadler von Perikum, äh, von Beilung und so ein bisschen gebildet, schreiberisch, veranlagt, sehr hochgestochenes Garreti, was er benutzt, ist auch das Bosporano mächtig und hat wohl ungefähr fünf Jahre als Soldat gedient, bis er sich dann, ja, bis er dann erlöst worden ist und, ja, das ist ein Mensch, der, ja, einfach, einfach mittelländisch Dinge tut, die gut sind, gute Sachen fürs Mitberat. Den gefällt mir. Ja. Xindan Fogg hat ein sehr hübsches Gesicht, einen bornländischen Akzent und, ähm, dir wird im direkten Gespräch auch auffallen, dass er sehr lüstern immer mal wieder zu anderen Mitgliedern herrüber guckt, auch gerade zu den Maraskanerinnen, ähm, er selber ist auch als Zimmermann tätig, das heißt, ähm, wenn es irgendwie an Bord, äh, Dinge zu flicken gibt, und, äh, selber segeln kann er zwar nicht, aber sowas wie einen Mast reparieren, das würde schon gehen, also wenn du den anstellst, äh, dann kann dir der auch da weiterhelfen. Ähm, Sabine Feilenschmidt, äh, frag doch erstmal nach, wie viel Geld es gibt, das ist das Erste, was sie tut, äh, wird also sehr goldgierig sein, hat auch einen, äh, sehr hohen Abergelaube, der dich so ein bisschen an die Seefahrer erinnert, ähm, und dir fällt auf, äh, wenn sie dir so ein bisschen näher kommt, ähm, dass sie, sie ist echt nicht hübsch anzusehen, sie ist echt ein bisschen hässlich, und sie stinkt auch so ein bisschen nach Schweiß, und alte Klamotten, sie riecht echt nicht gut, also, da würdest du gerne noch einen Meter mehr zwischen euch haben, äh, aber sie belästigt dich da noch nicht, also sie ist einfach nur so, dass sie, ja, sie ist irgendwie ein bisschen unangenehm, ähm, sie weiß, was sie tut, aber, ja, nicht, nicht angucken, und soll sie mal machen. Ah, wir sind ja kein Vergnügungsschiff. Genau das. Ähm, wie sieht's denn bei den Maraskanerinnen aus? Gibt's die nur als Paket, oder gibt's die auch einzeln? Die könntest du auch einzeln nehmen, wenn du willst, ähm, die Anführerin, ähm, kannst du da auch ausmachen, die hatte wohl auch schon mit Prendijian gesprochen, die führen allesamt unterschiedliche Waffengattungen, also von einem langen Spieß bis zu, äh, zwei Dolchfächern, äh, mit denen sie, äh, so betont sie zumindest auch, äh, äh, naja, Fernkampfgeschosse aus der Luft holen kann. Nicht unbedingt Bolzen, aber vielleicht Pfeile oder sowas, Rotzenkugeln sowieso nicht, aber, ähm, die ist wohl im Nahkampf besonders fiedig, sind, äh, ja, wie die Maraskaners eben überall sind. Ähm, Sefirajida ist eher jemand, der, ähm, zwar maraskanische Wurzeln hat, aber mittelreichisch kämpft, also mit Schild und Schwert, ähm, und, äh, sich dann eben darauf versteht. Äh, Madahajida ist, äh, das kannst du denn heraushören, wohl Tochter einer Piratin oder eines Piratin, also hat da wohl sehr berühmte Wurzeln, auf die sie sich auch beruft. Ähm, dir selbst sagt dieser Kodna Hassan zwar überhaupt nichts, ähm, noch nie gehört, aber sie beruft sich eben darauf, dass das wohl ein, äh, ein sehr bekannter Pirat ist und, äh, dass sie eben seine Tochter ist und ob das stimmt, weiß ich nicht. Naja, vielleicht was, wo Brindijian mal nachhaken müsste. Und, äh, Milenjida ist dann die ganz typische Maraskanerin mit ihrem, ja, Nachtwitt. Ich erinnere mich kurz an die Stelle, wo du diesen Nachtwitt im Gesicht stecken hattest, treibst du ja nochmal über die Wange. Die ist ja zwar ein bisschen verheilt durch die, äh, Wunder von Zahra, in dem Brunnen, in dem du geschwommen bist oder getaucht bist, aber, ja, wenn du so auf ihr, ihr Schwert guckst, ähm, das, äh, eine unangenehme Erinnerung. Hm, ich hab ja auch noch einen, den wir auf Maraskan mitgenommen haben. Ähm, wie kompetent erscheinen die im Vergleich zu den anderen Söldnern? Ähm, das ist jetzt schon, äh, qualitätsmäßig ein Unterschied. Hm, die wissen wirklich, was sie tun. Das sind, äh, halbe Abenteurer. Und, ähm, qualitätsmäßig wirst du, also den, den generischen Söldner hat, hat sowas wie eine Q2, Q3, und das ist dann eher Q4, also, da kann man dann, die kann man ohne Probleme anstellen, ohne zweites Mal zu überlegen. Die haben dann zwar eine eigentliche, äh, eigene Persönlichkeit, die vielleicht ein bisschen ein oder andere Mal aneckt, aber ansonsten sind die besser als der Durchschnitt. Ähm, da Brindigian sich freuen wird, und hoffentlich auch mit denen klarkommen wird, nehme ich die alle. Gut, die fünfmal Raskana. Ja. Äh, ja, dann hast du, ähm, Moment, muss gerade sehen, die habe ich schweig. Einer fehlt noch. Genau, so, äh, Taboto, äh, und auch Ahosi, die sind Einzelgänger, aber die haben wohl gleich oder ähnliche Wurzeln, also Tulambiden durch und durch. Äh, genauso wie Rashman Ali, ähm, selbstständiger Söldner, wie er von sich sagt. Äh, die, ja, wie gesagt, äh, verschiedene Waffengattungen, verschiedene Persönlichkeiten. Äh, du findest auch zwei Horasier, Hesindian Flitterer und Siminian Nea, äh, Zudrol. Äh, die stören sich dann wohl an dem, ähm, Boron Akkoluten, also wenn ihr Ugdan mitnehmen wolltet, äh, dann würde es hier ganz, äh, harte Konflikte zwischen Ugdan und den Horasier angeben. Äh, aber Ugdan selber, äh, nicht nur einfacher Seefahrer, Söldner, äh, ehemaliges Mitglied der Schwarzen Armada, könnte natürlich auch mit seinem, äh, Boron-Status da vielleicht was rausholen. Äh, da... Äh, da... Äh, lasse ich das in der Vardai aus kundigen Händen. Ich werde mich da nicht einmischen. Gut. Ähm, wenn die Söldner ansonsten alle den gleichen Eindruck machen, nehme ich den, der mit Pryos zum Gruß hin gegrüßt hat. Und wenn das keiner war, dann den Ersten. Ähm, sorry, den Ersten. Gut. Das heißt, wie viele Söldner willst du haben? Insgesamt 10. Also Ritter und Knappe nehme ich als eine Person an, weil die auch nur einfach bezahlt werden. Äh, wolltest du für einen Ritter nicht acht, äh, Silbertaler zahlen? Ja, aber die kriegt er, weil er halt Ritter ist und nicht, weil er zwei Personen ist. Also aus meiner Sichtweise. Okay, also, äh, gut, dann nimmst du jetzt hier eins, zwei, drei, vier. Dann hast du jetzt hier diese fünf Maraskaler und, äh, von diesen nimmst du nur einen. Richtig. Okay, dann, äh, Pryos zum Gruße, wird man wahrscheinlich, Heptisidea wird das sein. Vielleicht auch was für, ähm, Fadaios, überlegs kurz, könnte jemand von den Zyklopen mitsetzen. Gut. Äh, die anderen werden dann, ja, mit, ja, dann mindergroßen Bedauern fortgeschickt. Nun, ähm, wenn ihr mir nach drinnen folgen möchtet, die Verträge sind bereits fertig. Ihr werdet finden, dass sie alle dem Kuntjauber-Cortex entsprechen, falls euch das wichtig ist. Denn, wie bereits im Chortempel angekündigt, hat er uns den Geweiter daher ein paar Hilfestellungen gegeben. Gut, dann sind wir hier, denke ich, erstmal fertig. Gut, dann sollen es diese hier sein. Mhm. Außer irgendwer der anderen kommt, der ist aus der Zügel sprungen und ruft Einspruch. Dann geht es weiter mit Fadaios und, äh, den restlichen Seefahrer. Wir sind auf der anderen Seite angekommen und die ganzen Seemanner sehen dort schon, äh, altes, äh, Treibgut oder Holzüberreste, die nicht mehr von der Wehr verwendet werden konnten. So, Männer, eure erste Aufgabe, die erste von zweien. Achso, ist hier irgendjemand, der sich als Smutje bewerben möchte? Smutje, irgendjemand? Ja, du siehst, wie zögerlich eine Hand gehoben wird. Ich zieh mal den anderen Typen, der vorhin geschrien hat, ich kann kochen nach vorne. Wenn ich ihn finde. Äh, ja, würdest du, glaube ich, finden. Könntest du ausmachen. Mhm, dann schubse ich ihn so ein bisschen nach vorne. Ist das der eine oder ist da noch ein anderer, der sich zögerlich meldet? Äh, nee, das ist, ähm, das ist, äh, einer, der sich eben zögerlich gemeldet hat und der wird dann nach vorne geschubst. Alles klar, du komm mal an meine Seite. So, also, es wird hier heute zwei Aufgaben geben. Und die erste, für die habt ihr eine Stunde Zeit. Ihr seht das Holz da drüben. Nun, Herfert ist ein, äh, Gott, der ist wie Erbe und Flut. Der ist wie der Wind, der nach, äh, in die verschiedenen Himmelsrichtungen peitscht. Da weiß man nie genau, was auf einen zukommt. Ich werde über euch wachen, aber im Fall der Fälle müsst ihr euch selbst über Wasser halten. Und hier, so ein Stück Holz kann euch im Fall der Fälle das Leben retten. Ihr habt jetzt ein Stunden Glas Zeit, um aus diesem Stück Holz etwas zu fertigen, mit dem ihr euch, sollte unser Schiff untergehen, über Wasser halten könnt. Aber bedenkt, ihr müsst nicht nur gut über Wasser gehalten werden damit. Ihr solltet natürlich auch, äh, falls ihr ein Schiff seht oder eine Insel, mit dem Gegenstart dorthin paddeln können. Also. Du siehst, wie jemand auf dich zuläuft. Kram wohl gerade aus der Richtung, wo du eben kamst, so ein bisschen, ja, vielleicht verzögert oder verspätet, läuft auf dich zu. Äh, fang nochmal neu an. Äh, ich hab doch nicht alles gehört. Das tut mir leid, man. Schau einfach, was die anderen machen und mach's ihnen nach. Also, los geht's. Ja, die Leute laufen los. Äh, der, ähm, ist der Obdal? Äh, ja, also wenn, wenn du den auch losgeschickt hast, ja, ansonsten bleibt das Schäden. Ja, also, der, äh, der hat ja einen etwas gescheiten Eindruck gemacht, äh, dem könnte auffallen, dass auf der anderen Seite, oder halt auf Bänken etwas weiter hinten, liegt, äh, unterschiedliches Werkzeug. Zimmermannswerkzeug, aber auch alles andere. Und, äh, die Männer und auch, äh, Farouk können eine, ja, je nach ihrem, äh, gewissen geartete, äh, geartete Probe machen, um passendes Werkzeug zu finden. Sei es, äh, Zimmermann, äh, Holzbearbeitungsproben oder Schätzenproben, wenn du hast. Ich hab Sündenschärfe jetzt mal, um das zu finden. Also, dir, dir feilt auf jeden Fall auf, dass es da unterschiedliche Arten von Werkzeug gibt. Ähm, viele mit scharfen Kanten, um, äh, Holz klein zu hacken. Du könntest, äh, aber noch eine, ja, äh, je nachdem, wie du da argumentierst, äh, nach speziellerem Werkzeug suchen, was dir gegebenenfalls bei einer Zimmermanns- oder Holzbearbeitungsproben erreicht hat. Ich könnte jetzt Seefahrt anbieten, weil die Holzbearbeitung hab ich auch null. Ja, okay. Aber dafür bist du ja auch nicht da, also, du hattest ja gesagt, du willst, äh, ich... Ah, ich bin zu blühen. Was hab ich denn da gehürfelt? Leck, äh, verdammt. Ja, also, Ugdan scheint das auch zu sehen und wahrzunehmen, aber das interessiert ihn nicht. Was mit dir, Ugdan? Bist du dir zu fein, um hier was, äh, zu fertigen? Äh, verzeiht euer Gnaden, äh, aber ich, äh, bin nicht so sehr derjenige, der mit Holz umzugehen weiß. Ah, okay. Und, äh, womit weißt du umzugehen? Na ja, wenn, wenn du mich losschickst, er tut's dich auch direkt. Äh, wenn du mich losschickst, äh, Senior, dann, äh, na ja, dann kann ich die Wand hochklettern oder ich kann mich mit Leuten unterhalten. So ein Mannschaftssprecher. Ah, wenn, wenn die Probleme haben, kann ich mich direkt in sich hineinversetzen. Er legt dir so ein bisschen die, die Hand auf die Schulter und drückt so ein bisschen den, den Oberarm. Zwickert dir zu. Ah, so, so. Aber, du meinst, wenn du hier quasi eine, einen Freifahrtschein bekommst, dass die anderen hier das befürworten würden? Männer, würdet ihr das befürworten, wenn hier einfach einer Sony-Crew kommt, weil er gut reden kann? Nein! Ah, gut, klar. Senior, ich habe viele Erfahrungen, ja? Und, äh, ich bin kein Handwerk. Ja, ehrlich. Aber schwimmen kannst du, oder? Ja, schwimmen kann ja. Ja, schwimmen kann ich. Gut, gut. Na, dann such dir mal ein Stück Holz, äh, ein Stück Holz ist immer gut, um sich daran festzuhalten, bevor man untergeht. Ja, er zieht sich ganz in Ruhe seinen Ledermantel aus, legt seine Stiefel ab, er faltet sie zusammen und, äh, du kannst sehen, wie sein Oberkörper wohl ziemlich vernarbt ist. Ähm, er legt seine Peitsche neben seine Ledersachen und du siehst, wie das wohl auch Peitschen-Stream sind. Also, der Mann an durchtrainierten Oberkörper, äh, ziemlich behaart, aber, also, der Mann hat schon gelitten, auf alle Fälle, das kannst du sehen. Und, äh, schwingt dann, nachdem er sich sehr, sehr langsam ausgezogen hat, springt er in die See und fängt dann an, sehr kompetent zu schwimmen. Also, der weiß, was er tut. Hängt dann auch so ein bisschen an zu paddeln, wenn er sich ein Stück Holz gesucht hat und paddelt dann so ein bisschen, also, jo. Neben dir steht immer noch der Mann, der sich als Smutje vielleicht beworben hat, er ist sich selber nicht ganz sicher. FH-Ni, was soll ich tun? Non, also, wenn du bei uns Smutje werden möchtest, dann musst du natürlich wissen, was so ein guter Matrose, wenn er täglich mehrere Schlafen aufbaut hat. Hat er einen Affen auf seiner Schulter? Bitte? Was? Er hat einen Affen auf seiner Schulter, einen kleinen. Der holt ihm gerade ein bisschen in den Haaren rum. Was soll das? Eih, äh, dann musst du... Ist das dein Hilfsmutje, oder wer ist das? Äh, nein, Effendi. Sondern? Das ist einfach nur mein Affe. Schön, schön. Der ist mir zugelaufen. Ein ganz liebes Keg. Ja, glaube ich. Naja, äh, was würdest du denn für einen Matrosen kochen, damit er tatkräftig arbeiten kann? Ähm, Zwieback? Er schaut dich an, das war wohl mehr eine Frage als eine Aussage. Aha, Zwieback, und sonst ist es ein bisschen trocken, würde ich meinen. Hm, in Wasser eintunken. Mit, äh, mit Rum. Mit Rum, so, so. Fragen wir doch mal die Männer. Männer, was haltet ihr vom Tropen in Zwieback? Ein bisschen Wasser getunkt. Äh, äh. Ja, ich glaube, die Leute hier sind nicht so begeistert von deinen Kochkünsten. Äh, Verzeihung, Effendi. Soll ich schwimmen oder gehen? Nun, kannst du denn schwimmen? Natürlich kann ich schwimmen. Äh, ist gut. Äh, ja, die Zeit ist schon etwas fortgeschritten, aber hier, schnapp dir ein, äh, Holzstück, äh, wenn du möchtest, äh, kannst du es noch etwas bearbeiten. Äh, ansonsten geht es dann gleich zur zweiten Prüfung. Händet dir das Holzstück ab und schaut dich an mit großen Augen. Okay, Fynn. So, Verruck, äh, puh. Oh Mann, wir müssen ja erstmal Werkzeug holen. Ja. Das Holzstück ist auch ungeeignet. Lass es mal liegen. Also. Äh, äh, was, äh, du, äh, er ist viel zu klein schon, ja. Hat das irgendwie fünfmal durchhalten. Auch wenn du nicht der Größte bist. Gut. Aber das, was du hier siehst, das, äh, ist ein Hobel. Pack den schon mal ein. Ich gehe mit rüber, äh, mit zum Schwimmen nehmen, oder? Nicht zum Schwimmen, zum Holz bearbeiten. Ja, ich packe den ne Mal, dann stecke ich ihn mir an Gürtel oder so. Hey du, euer Gnaden. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr euch vorbereitet hättet. Ist der Mann, der zu spät gekommen ist? Ja, was ist Mann? Sag nochmal. Weil, du, ich hab dir gesagt, dass du siehst nicht so aus, als ob du nicht vorbereitet hättest auf das hier, was wir hier tun. Ja, ich glaube, du solltest hier mehr arbeiten, als, äh, reden. Na, ich bin schon wieder hier. Was soll ich jetzt tun? Pass auf dein Holzstück auf, und wenn du damit zufrieden bist, dann geht's gleich weiter. Ja, ich schau mal auf mein Stundenglas, so. Ja, ein paar, ein paar Momente habt ihr noch. So, Faruk, äh, jetzt versuch mal ein flaches Brett mit dem Hobel. Oh, einfach noch bretter, flacher Hobel oder was. Ja. Ja. Genau, das ist jetzt ganz gutes Werkzeug. Da bekommst du eine Dreiererleichterung mit. Und kannst nochmal deine Holzbearbeitungsprobe wiederholen. Ich hab aber auch schon eine Idee. Und mit einer Dreiererleichterung hätt ich das sogar geschafft. Sehr gut. So, ich hoffe, ihr habt eure, eure, eure Lebens, äh, eure Weste, das Stück Holz, was euch über Wasser halten soll. Denn jetzt, hier, ihr seht schon, Okta, der da unten planscht, werft eure Holzstücker mal ins Wasser und springt hinterher. Ich hab ne Frage, wie allgemein, wie laut ist das allgemein so, wenn die alle ins Wasser springen? Äh, schwung ich alle gleichzeit. Also, kommt jetzt drauf an, was du machen möchtest. Äh, ich möchte eine Zauberformel sprechen. Also, dadurch, dass du sie nicht murmelst, sondern aussprichst, wird das höchstwahrscheinlich irgendjemand hören, wenn du die Sprache nicht wegkürzt. Okay, ansonsten, äh, vierer Erschweren ist halt, ne? Ja. Ja, dann würde ich mit, äh, würde ich die vierer Erschweren mitnehmen, beziehungsweise ich würde mir Zeit lassen, das ist nur eine Dreierer Schweren ist, wenn ich richtig. Ja, ne, 1,52 Erschweren ist nur. Und dann würde ich Motorik aus Geisterhand auf mein Holzstück sprechen. Und möchte dann quasi damit rübertragen wollen, so, so rauflegen und dann das Holzstück, halt mit Geschwindigkeit, weil ich wahrscheinlich dann immer noch schneller bin als die Leute mit dem Dingensen. Ähm, und das ist Müslungen. Aber ich habe Zauberkontrolle und Zauberroutine, also werde ich das mitkriegen und den Zauber dann abbrechen und mich dann so dran versuchen. Ja, ASP vertierst du trotzdem? Ja. Gut, also, verrückt, ist finde ich auch ins Wasser. Ja, ich, ich springe, äh, so mit der Aussage springt er dann kurz hinterher, nachdem er sich einmal kurz konzentriert hat. Äh, kurz Hinweis, also, wenn du möchtest, könntest du jetzt auch einen Schicksalspunkt benutzen, einen hättest du pro Sitz. Achso, ach, stimmt. Also, wenn du die 19 nachwürfeln möchtest, würde das... Dann würde ich gerne die 19 nachwürfeln, wenn das möglich ist. Äh, wurde aber nicht besser. Plus Minus, doch, dann Plus Minus Null. Ach, jetzt Plus Minus Null, ja, dann schaffe ich es mich ja darüber zu tragen. Genau, dann zähle ich die vollen ASP ab und dann ist der Motorikus zumindest gelungen. Mhm, und dann mit GS8 müsste ich dann darüber bewurschteln. Ja, warte, die anderen Männer wissen ja noch gar nicht, was jetzt auf sie zukommt. Achso, ja, stimmt. So, da drüben seht ihr die Okuri? Wir haben Platz für 17 Matrosen. Einer davon zum Mutje. Und, äh, wenn ihr noch andere Talente beweist, schauen wir mal. Aber die, die als erstes drüben sein werden, die kommen in die Crew. Also, los jetzt. Die Leute schauen dich an. Nun, ihr müsst ein Holzstück mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt es in eine Form geschlagen, dass ihr jetzt einigermaßen hier durch den Hafen kommt. Und achtet auf die Fischerboote auf. Schaut nach den Fischerbooten, damit sie euch nicht über den Hafen fahren. Ja, du siehst, wie ungefähr fünf, sechs Leute bleiben stehen. Das ist ihnen zu gefährlich. Du kannst auch sehen, wie hier natürlich reger Betrieb ist im Hafen. Fischerboote, die einlaufen. Ja, große Zitracken oder Taluken, die jetzt hier im Seehafen anlegen. Und auf der anderen Seite dann da für einige Verwirbelungen sorgen. Einige große Flussschiffe, die dann hier auch am Fischerhafen anlegen. Also, je nachdem. Das ist hier schon ziemlich gefährlich. Zusammen mit der Strömung von der auch blutigen See. Und, naja, das sind immerhin 300 Meter. Aber ein Großteil springt dann auch ins Wasser und tut dann das, was du ihnen geheißen hast. Und ist dann erstmal damit beschäftigt, drüber zu kommen. Ja, ich mache dasselbe. Muss ich irgendwas würfeln, um das Ding mit meinem Geist zu steuern? Oder kann ich einfach so tun, als ob ich schwimmen würde? Mach mal eine Schwimmprobe erleichtert um, ich sage jetzt mal, das ist ein gutes Hilfsmittel, erleichtert um sieben. Wie kann ich hier eigentlich nochmal Erleichterung eintragen? Ein Modus von minus sieben unter der Chipbox. Ja, und damit lädt sich das Steg. Die einen springen dann, ja, ans Wasser. Die anderen gehen gemächlich wieder zurück. Das ist dann zu doof, was der F-Haddy von ihnen will. Hä, wie funktioniert das? Oh ja. Du hast einfach scheiße gewürfelt. Ja, richtig. Deine Attribute sind eben auch nicht so gut. Erfordraus springt dann hinterher und wird sich hinter den Leuten herschwimmen, um sicherzustellen, dass hier uns keiner ertrinkt. Ja, ähm, du merkst, dass Pryodano wohl ziemlich schnell ist. Ähm, vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Und das Problem, was er hat, dass er irgendwann das Holzstück loslässt. Ähm, es kommt dann auch wieder zurück zu ihm. Vielleicht durch die Strömung, denn er kann sich daran festhalten, schluckt aber Wasser. Du bekommst, äh, 1w6 Ausdauerschaden. Ja, den beschaden. Äh, das heißt 1w6, äh, wo man nach, und die Hälfte dann eben echt. Schluckt so ein bisschen Wasser und, äh, hat er Probleme. Sein Holzstück kommt wieder zurück zu ihm und dann geht's weiter. Äh, dadurch, dass er dann von diesem, es sieht fast mehr so aus, als ob er, ähm, von diesem Holzstück gezogen wird. Und, äh, dadurch, dass er seinen Mund nicht richtig zu hat, schluckt er weiter Wasser. Ähm, du hast dann aber auch mehr Probleme damit, selber oben zu bleiben. Ähm, neben dir, so nach etwa 100 Metern, 150 Metern, äh, die ersten paar Leute, die dann schlapp machen, eine Pause brauchen. Einige halten sich an Fischerbooten fest, ähm, lassen sich dann von einigen Leuten auch raus, äh, raushelfen, äh, hochziehen. Und, ähm, naja, also, du selber musst auch erstmal eine kleine Pause machen. Ähm, hältst dich vielleicht noch an deinem eigenen, nein, du hast gerne ein Stückchen Holz, aber, äh, irgendwas wird da an Treibblut noch herumschwimmen. Hältst dich da erstmal fest und musst auch erstmal verschnaufen. Ähm, ähm. Äh, äh, wo ist denn der Ugtal? Ich schau nach dem Ugtal. Ja, der schwimmt irgendwo vor euch. Kann ich den 1G1 holen mit meiner höheren Geschwindigkeit? Ähm, zuerst, äh, ja, bist du direkt vor ihm. Und, äh, dann, wenn du Wasser schluckst, kurz loslässt und so, dann zieht er an dir vorbei und, äh, krault da dann wohl ziemlich schnell. Ja, okay. Also hat er sein Holzstück noch weiß, soll ja jeder sein Holzstück mitnehmen. Ja, das hat er irgendwie mit. Ja, ähm, während ihr da, äh, euch versucht, äh, an die andere Seite zu kämpfen, können wir nochmal ins Kontor springen und schauen, was denn da passiert. Ob da noch irgendwas geplant wird mit der Vorbereitung, ob Wasser da noch irgendwas tun will. Ja, ähm, also die Speisen, ähm, ich denke mal, die sind schon eingetroffen, die würde man, äh, würde ich dann auch, äh, ein bisschen so, ja, verteilen schon mal, so ein bisschen kalten. Und, ähm, natürlich schon mal ein paar Teller hinstellen und so. Also würde das halt alles so ein bisschen schön machen, sodass wenn die Leute kommen, halt wirklich alles fertig ist, ein paar Gelanden aufhängen, äh, die Stofftücher noch ein bisschen, ja. Und da unten, halt oben in dem Bereich, wo später die ganzen eingeladenen Gäste und die etwas höher gestellten Gäste sitzen, ähm, die Kissen nochmal ausschütteln, äh, nochmal irgendwie fegen und, ja, halt wirklich alles schön machen. Also, und Hugh durfte auch wirklich, äh, sehen, dass Washer so richtig zum Hausmütterchen mutiert und, äh, das ganze Kontor sich zu lang aufholen. Rodrigo klopft dir nur kurz auf die Schulter, äh, süß, ich gehe mal eben kurz nochmal die Blumen holen, die wir hier überall ausstreuen wollen. Ich bin, bevor du ja da. Mhm. Und, äh, ja, zieht los, die Blumen kaufen, die wir hier überall ausstreuen wollen. Also zumindest so einige hier und da hinstellen, dass es einfach sehr gastlich und wohnlich aussieht, gerade für die Tische fahren in so ein bisschen, wenn die da dran vorbeilaufen, dass es einfach schön geschmückt aussieht. Ja. Wenn er dann bei FVD-IOS vorbeiläuft, nimmt er ihm einmal zu, wie er da gerade sozusagen seine Schwimmübungen macht, äh, aber wahrscheinlich hat er gar kein Auge für ihn, der steckt ja mitten im Flusshafen. Ich würde natürlich auch Brindigian und, ähm, Mürja so ein bisschen mit einbeziehen, also dass die auch irgendwie ordentlich mithelfen und auch ein paar Sachen irgendwie flechten und dass vielleicht Mürja auch mit den Tüchern, ich meine, als Frau hat zu der, im Waschers Meinung nach zumindest, wahrscheinlich ein kleines, ein besseres Händchen für als den Brindigian. Und, äh, ja, würde dann zusammen mit ihr auch versuchen, die Sachen da fertig zu machen. Brindigian hat da ein hervorragendes Händchen für, der wird dir auch helfen, ähm, aber wird sich erstmal, ähm, während oder nach, ähm, Jarlans Prüfungen so ein bisschen, ähm, mit den Maraskanerinnen unterhalten, vor allem mit denen, die ihr noch nicht kennt. Ähm, zum einen mal mit der Sephira Jida mal so ein bisschen Smalltalk machen, ähm, so von wegen, also, hey, meine Mutter heißt auch Sephira Jida, vielleicht kennst du sie? Äh, ja, bestimmt, wo kommt sie denn her? Sie ist die, sie ist die beste Schneiderin zwischen Zaschorion und Prajubab. Ah, selbstverständlich, von der habe ich gehört. Ja, natürlich habe ich von der gehört. Über drei Ecken. Musst ihr wi- Was gibt's denn noch? Muss ihr wissen, ihr geht es gut. Sie, sie lebt dort mit meinen, mit meinen Geschwistern und Enkeln. Ähm, ja, sie kann nicht klagen, seit ich das letzte Mal da war. Das ist doch schön. Musst ihr wissen, eigentlich sollte ich hier ihre Nachfolge antreten, aber dann hat, ja, wurde entdeckt, dass Schwester Hisinde wohl etwas mehr mit mir vorhatte und zeigt dann ein bisschen an sich runter an der Robe. Ja, sie nickt ihr auch nur zu, sieht begeistert aus, dass sie, ja, nicht nur mit einer Mother-Skana spricht, sondern auch mit einer Magier. Ja, also mit der würde ich mich dann so ein bisschen unterhalten und dann aber vor allem noch mal mit der ähm, Mother-Hajida Han sprechen. Mhm. Äh, Bruderschwester, du, äh, du hast einen sehr bekannten Namen, muss ich sagen. Ah, immerhin einer, der, äh, den Künstler kennt. Sie nickt dir zu, ihre Augen leuchten. Äh, ich bin einer von 17 Töchtern. Aber seine Lieblingstochter. Natürlich. Und warum, nun warum bist du nicht bei ihm auf dem Schiff? Offensichtlich fährst du ja auch zur See. Ja, äh, sein Schiff ist klein und er hat eine sehr beständige Mannschaft. Ähm, ich bin nun ja, wirklich getroffen habe ich ihn noch nicht, muss ich sagen, ähm, aber schon viel von ihm gehört. Ähm, nachdem er das letzte Mal hier in Kulchum war und bei meiner Mutter gelegen hat, ähm, naja, ich würde gerne einmal zu ihm nach, ich glaube, er sitzt in Sinoda, oder? Zumindest sagte meine Mutter, er kommt da aus der Nähe. Äh, zumindest ist das so ein wenig seine Basis von, von wo er seine Ausgangs-, seine Fahrten startet. Aber die meiste Zeit ist er ohnehin auf See und, und jagt die Hässlichen. Ich habe leider auch noch nie die Bekanntschaft mit ihm gemacht, aber, nun, ich, ich bin sehr begeistert von ihm. Ich bin, naja, ich, ich schätze seine, seine Arbeit sehr. Ja, ich habe zumindest viel von seiner Arbeit gehört. Er ist ja schon seit einigen Jahren da. Sie ist auch ziemlich stolz, als sie dann einen Steckbrief herausholt. Du kannst sehen, wie wohl mehrfach die Dukaten, die auf ihn ausgesetzt sind, erhöht worden sind. Einmal durchgestrichen, mit einem neuen Stempel dann drunter neue Dukaten erhöht. Also, aktuell liegt sein Kopfgeld wohl bei 900 Dukaten. Aber, ja, also, die, die Zeichnung von ihm, die ist wohl ein bisschen verblasst, aber, ja, das, das kommt den Geschichten schon sehr nah ab. Ja, hält das so hoch. 900 schon. Du kannst auch so, du kannst auch ein bisschen erkennen, dass sie, dass sie ihm wohl ähnelt, auch jetzt durch diese Zeichnung. Aber, ja, 900 Dukaten. Das waren mal 700, dann irgendwie auch 750 erhöht. Also, nach und nach, mit immer irgendwelchen Dingen, was ihm da vorgeworfen wird, steht auch alles auf diesem Steckbrief. Piraterie, Schmuckelei, Angriff auf die Perlenmeerflotte, die es natürlich mittlerweile gar nicht mehr gibt. Aber, naja, was man eben als Pirat, da wird sich das nicht senken, sondern immer nur erhöhen. Da hat er in den letzten zwei Jahren einiges geleistet. Den letzten Steckbrief, den ich von ihm gesehen habe, da war er noch bei 750 Dukaten. Und, und, also, ich würde es vorziehen, wenn wir ihn irgendwann treffen. Ich weiß ja nicht, wo ihr genau hinfahren wollt, Bruder, Schwester, aber, wenn wir ihn einmal treffen, dann, würde ich ihn gerne kennen. Also, wir fahren auf jeden Fall in die blutige See. Ein genaues Ziel kann ich euch auch noch nicht sagen. Aber, ich würde mich auch freuen, wenn wir ihn einmal treffen, aber, das wird so, schon sehr vom Zufall abhängen. Ich glaube nicht, dass wir nach Sinoda fahren werden. Es ist ja auch nicht so, dass man ihn einfach aufsuchen kann und er in einer Hafenkaschimme sitzt. Er findet jemanden und nicht, er wird gefunden. Da wirst du vermutlich recht haben. Sag, warst du denn eigentlich schon mal auf Maraskan? Du sagtest, deine Mutter kommt aus Kunrun? Ja, aber nur in den Städten, also in Tuzak und in Sinoda vor allem. Aber nur kurz, in den Dschungeln war ich noch gut. Ja, da wirst du sicherlich auch die Gelegenheit zu haben. Wir sind erst die letzten, ne, lass es anderen drei Monate sein, durch ganz Maraskan durchquert. Ein, ein hervorragend war das. Eine wahre Freude, ein richtiges Abenteuer. Sind die hier ein Grinsbereit dabei? Ihre Augen werden wieder groß. Durch.